so da bin ich wieder ja okay ich weiß jetzt bescheid was da alles kommt das wird krass gleich freuen das wird gleich richtig krass so dann jetzt jetzt darf ich am besten keine verlieren und hier auch der sammler hier fahr nach hause kommen so dann gilt euch bitte nicht gegenseitig dann ich hab kein geld ich glaube das habe ich jetzt verkackt oder den speicherstand so dann macht den raketenpanzer da im arsch so ich habe einen schweren panzer noch das muss ich jetzt richtig gut lösen hier so macht das mal weg so dann alle nach unten alle nach unten verdammt so okay dann weitere quatsch war jetzt einfach nur quatsch so alles klar gut dann ein raketenpanzer noch so so dann mach doch nicht so eine scheiße da ich brauche jede einheit hier verdammt so man so okay alles klar gut so 1 24 von hier unten kommt gleich auch noch was war noch kampfmanns ja jetzt kommt die verstärkungen kommen okay aber ich habe jetzt noch ein paar einheiten hier freunde so warte moment wenn das sind das nur wenigen nein das sind keine wenigen das sind einheiten oh man da oben sind die meniken okay dann fahr da mal drauf direkt hier am besten drauf damit die damit die ja nicht hier anfangen um zu nerven so okay dann das wird scheiße schwer das wird schwer dann freunde da unten kommen die anderen boah das ist so krass was da unten alles kommt verdammt so egal gut dann würde ich mal sagen ich war die scheiß mannig im platt so dann schießt man alle auf einzig nein doch nicht so leute verdammt nee das das bringt wieder nichts ich muss weiter bauen und hier oben auch alter boah kann es sein dass ich jetzt den spielstand hier verkrackt habe freunde das 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 will ich nicht glauben das will ich nicht glauben freunde nein nein das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen ein spiel verkrackten spielstand das wäre scheiße so dann immer wieder da drauf schießt auf den scheiß raketen oder danke so dann fahr über das mannequin drüber so gut fährst du hier über das pack mannequin wo das wird jetzt schwer freunde das wird jetzt mega schwer so ab nach unten mit euch und hier unten habe ich jetzt natürlich einiges verloren ist klar kann ich wieder neu laden fahr da drauf jetzt so dann kommen die einheiten runter ich glaub bauen ein paar mannequin noch so ich baue mannequin ja das ist so fahr da drauf bitte fahrt da drauf so macht die kaputt da ich glaube das kann ich wieder vergessen das kann ich wieder vergessen so raum hafen kampfpanzer so so macht die im arsch was ich jetzt habe das ist nicht so doll so kommt runter hier so da oben kommen die mannequin alles klar die fahr ich dann direkt um wenn die kommen und hier unten auch so das muss ich jetzt abteilen fahr direkt drüber nein das ist der falsche hier oben so fahr direkt hier oben drauf so so gut dann sind hier oben die schon mal weg alles klar dann kann der hier unten hinfahren so dann habe ich jetzt hier die ach nee nee das wird nix das wird nix so mit drei dings so ja super nö das reicht wieder nicht das reicht wieder nicht freunde es sieht leider wieder schlecht aus ich glaube ich habe den speicherstand verkackt das ist richtig scheiße gerade ja nee oh gott oh gott verdammt ich glaube ich hätte mehr einheiten bauen soll ich muss einfach so ich muss das jetzt richtig machen hier so sammler du fährst mal da hinten hin kann ich die nicht irgendwie ablenken so ihr geht mal hier drauf so zack so dann schießt ihr mal hier drauf die kleinen mannequin die brauchen wir nicht platz zu machen so dann fahrt prima hier runter helfen ihr schießt wieder auf verschiedene ziele und helft den anderen nicht ne das ist ja auch noch so eine sache so ja das ist so krass es kann sein dass ich die mission neu starten muss freunde ja super ich habe keine belagerungswaffe mehr aber ich glaube die brauche ich erstmal nicht so da drauf zack gut so quad die beiden hier direkt nach unten ich muss mal ich muss gucken dass ich das schaffe mit den einheiten die ich jetzt hier habe ja das geht leider nicht anders super so dann du mannequin schießt mal da drauf so dann habe ich ja jetzt hier erstmal was alles klar so jetzt nochmal hier oben also das ist jetzt eine extrem heikle äh Szene hier weil die kommen da auch noch überall an wie viele einheiten da ankommen das ist so krass Freunde so dann fahr direkt drüber so direkt auf die scheiß wüsten truppen so dann zieh die mal weg da die einheit so dann zieh den mal hier runter ich glaube ich habe ja ja ich habe da eine andere idee so dann die fucking wüsten truppen da ey einfach überfahren so das sieht doch nicht schlecht aus ja das ist noch okay oh Gott aber hier kommt zu viel das ist zu viel hier was hier kommt weitere Kampfpanzer so dann hör auf da drauf zu schießen verdammt so ja diese mannequin das ist so hau ab die Lieferungen treffen allmählich ein wir erwarten massive Verstärkung oh geil wir kriegen Deviatoren ja Freunde geil allerdings das hier oben sieht jetzt scheiße aus ja das da oben das ist Sammler fahr mal runter hier ihr helft aber auch nicht ne überhaupt nicht ja super toll egal so wenn ich das jetzt hier überlebe dann habe ich gute Karten Freunde dann habe ich verdammt gute Karten aber nicht wenn alle Sammler kaputt gehen so ähm Deviatoren ich habe Deviatoren Freunde geil so Deviatoren so den Radar kann ich mir ruhig wegnehmen das ist kein Problem so aber bitte nicht den letzten Sammler so Deviatoren die treffen die treffen nicht scheiße meine Freunde Moment ich brauche die Kampfpanzer da oben so gib mir die Kampfpanzer und das dicke Rohr so gib mir den scheiß Kampfpanzer so du kannst da drauf schießen Kampfpanzer so und hol dir die und nicht nicht den Deviator Leute so 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 dann scheiße einer ist weg gut egal so Verstärkung wo ah super jetzt kommt da unten auch verdammte Scheiße da oben der Raumhafen ist gleich wieder weg super ey toll ja sehr schön so gib mir die Deviator ach wo ist denn denn meine Verstärkung unterwegs hä das wird sau knapp Freunde ey das wird wieder so eine enge Geschichte oh Gottes weh alter so viele Belagerungswaffen das reicht nicht oh verdammt das wird doch eine heiklere Mission hier und oh Gott sei Dank Gott sei Dank Freunde die Spielmechanik rettet mich gerade so ein bisschen hohohoho Halleluja Freunde nehm den dir los ah die können also auch platt machen ja Oh, das war's. Das war's. Okay, gut. Ich muss nochmal neu laden, Freunde. Es tut mir leid. Aber ich muss das so machen. Ich muss... Ich muss die Einheiten irgendwie wegziehen. Irgendwie Zeit gewinnen. Ja, das ist wichtig, Freunde. Ich muss irgendwie Zeit gewinnen. Ähm, ja, das ist doch nicht so einfach. Ach, nee, nee, also einfach eine halbe Stunde überleben reicht hier nicht. Nee, nee, äh, da muss man schon wirklich jetzt hier auch mit kämpfen und so, ja. So, das eine scheiß Manneken ist egal. Geht hier runter. Und ihr macht mal bitte den hier platt. So. So, dann macht den hier platt. Und der kann mal die Manneken da überfahren. Oder? Nee, komm. Nee, nee. Nee, nee, reicht. Ist okay. So, dann mach den mit kaputt da. Äh. So. Ach du Scheiße. Alter, das gibt's doch nicht. So. Okay. So. Alles klar. Gut. Ähm. Ja. Jetzt kommt das Manneken an. Einheit bereit. So. Dann haben wir's. Zumindest hier unten erstmal. So. Dann. Kommt der mit runter? Ich muss hier unten erstmal verteidigen, natürlich. Klar. Und die beiden Kampfpanzer. Kommen jetzt gleich, ne? Einheit bereit. So. Ja. Jetzt kommt da. Jetzt kommen sie alle. Okay. Gut. Ähm. Die beiden Kampfpanzer hier. Kümmern sich erstmal um die Manneken da gleich, ja? Ja. Bevor die rauskommen, einfach direkt überfahren. So. Direkt rauffahren. So. Alles klar, Freunde. So. Dann haben wir das jetzt hier geschafft. Dann zieht die Einheiten weg. Los. Okay. Zieht die nach da oben in die Ecke. Ja. Zieht die einfach weg. Ich brauche erstmal ein paar Minuten, um mich aufzubauen. So. Dann. Das eine. Der eine Kampfpanzer kann mal hier reinfahren. Der andere auch. So. Ähm. Jawohl, Freunde. Sehr gut sieht das aus. So. Dann fahr du mal die Wüstentruppen platt, bitte. So. Die kriegen das hin, oder? So. Ähm. Ja. Genau. Ah, verdammt. Scheiße. Okay, nee. Ah. Weiß. Scheiße, Mann. Ja, super. Toll. Was mache ich jetzt? Uff. Warte. Massive Verstärkung. Nee. Das reicht. Ah, verdammt, Freunde. Verdammt. So. Egal. Wird gebaut. Meine Güte. Also das ist echt eine schwere Passage jetzt hier. Das hätte ich nicht erwartet. So. Dann. Macht ihr das da kaputt? Und dann fahrt direkt hier runter. So. So. Der ist weg. Sehr gut. Dann. Ah, die machen sich halt selber platt. Das ist das Blöde, ne? So. Freunde. Gut. Schießt den mal auf die Manneken da. So. Sehr gut. Die Manneken schon mal weg. Der kann sich einfach mal da drauf schießen. Ich verstehe nicht. So. So. Boah. Also, äh. Nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. Der Schwierigkeitsgrad hier, ja. So. Okay. Gut. Nochmal das Ganze. So. Ich verstehe nicht. Ja, ey. Wir sind bereit. Ja, super. Dieses Drecksmanneken, ey. Wirklich. Wüstentruppen. Ich hasse es. Okay. Gut. Egal. Ihr vier. Verteidigt mal hier unten, oder? Nee. Kommt mal mit runter. Ich muss hier unten überleben. Das ist das Wichtige. Wo fahren die denn hin? Rund um die Welt. Das habe ich jetzt verkackt. Scheiße, Freunde. Und dann teilen sie sich auch noch auf. Okay. Dann. Bevor die sich hier in Bewegung setzen. Ähm. Ja. Direkt auf die Wüstentruppen. Und wegziehen. Und wegziehen, Freunde. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, hier. Der Kampfpanzer. Wieder. Einfach überfahren. Ihr macht die Nibak platt hier. So. Dann. So. Dann überfahren die einfach. Alter, diese fucking Wüstentruppen. Die machen so viel Damage. An dem Anpanzern. Das ist so krass. Schaut euch das an. So. Okay. Das reicht wieder nicht, ne? Ah. Die scheiß dicken Rohre da. Verdammt. Das reicht wieder nicht. Ich seh's kaum. So. Schieß doch auf den Panzer, verdammt. So. So. Kriegen wir jetzt? Ja. Deviator. Her damit. So. Los. Nimm den. So. Alles klar. So. Dann haben wir hier das jetzt erstmal. So. Dann hier oben. Ja, ja. Dann alle nach oben. So. Alle nach oben, Freunde. So. Okay. Gut. Boah. Ist das schwer. Das ist schwer. Zieh die mal hier runter. Los. Ein Deviator ist schon platt. Oh Mann, Freunde. So, komm, komm, komm. So. Egal. Scheiß drauf. Da unten fährt der nächste. Deviator. Okay. So. Gut. Dann. Mach die kaputt. Verdammte Scheiße. So. Dann Deviator. Hol dir bitte den Kampfpanzer. Sehr gut. So. Dann bitte den Quad hier. So. Okay. Ja, super. Aber das ist nicht schlimm. Das steht noch. Das ist alles gut, Freunde. So. Dann muss ich gleich wieder nach unten. Dann muss ich wieder nach unten. Geh am besten mit den Deviatoren nach unten. Weil da sind nur Einheiten. So. Boah ey. Meine Güte. So. Dann. Alles klar. So. Gut. Turm wieder aufbauen. Ne. Energie. Nach zwei Minuten. So. Dann. Deviator. Hol dir einen Kampfpanzer. Sehr schön. So. Und dann noch den anderen Kampfpanzer. Haha. Ich hab Deviatoren, Freunde. Wie geil. So. Jetzt hab ich mal hier die Deviatoren. Boah. Ich hab's überlebt, Alter. Ich hab das überlebt, Freunde. Das würde ich sagen, speichere ich direkt mal. Spiel gespeichert. Boah. So. Dann direkt wieder den Turm aufbauen. So. Ja. Sehr gut. Alles klar. Ah. Die Wirkung, die lässt schnell nach. Das ist das Problem. Aber geht. Geht. So. Dann. Meine einzigen Deviatoren hier. So. Ui, 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 Freunde. Das ist hart. Was ist da denn schon wieder? Ach, Mann. Wenn die sich... Wenn die sich wieder verwandeln, dann holt die direkt wieder. So. Wir sind bereit. Sehr gut. Damit ich hier unten erstmal gleich... Ja. Sehr gut. Damit ich hier erstmal Einheiten bauen kann. Sehr gut. So. Wenn die sich verwandeln... Sind die direkt tot. Quasi. So. Gut. Ähm. Ja. Konstruktion bereit. Boah. Das war heftig gerade. Da muss ich mich erstmal von erholen. Wird ausgebaut. Moment mal. Vielleicht wenn... Moment. Wie viele Sammler haben... Verdammt. Ich hab noch einen Sammler. Noch eine Minute. So. So sieht das aus. Alles klar. Ach. Der immer mit seinen Belagerungseinheiten. So. Was kommt hier? Oh. Danke. Danke. Dankeschön, liebe Orlos. Ihr seid so geil. Oh. Um Gottes Willen, ey. So. Die halten die in Schach. Das ist schon mal ganz gut. So. Ich hab hier noch mehr Deviatoren. Sehr gut. Nein. 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 Die normalen Einheiten, die zieh ich mal nach oben. Alles klar. Wir sind bereit. Moment mal. Ich kann mir doch die gegnerischen Sammler klauen. Ja, das mach ich. Mit den Deviatoren klaue ich mir jetzt die gegnerischen Sammler. Die können sich ruhig gegenseitig beschießen. Das ist kein Problem. Und. Ja. Boah. Ich dachte schon, das wäre meiner gewesen. Ha. Das wär's ja. So. Hol dir den Sammler da. Der ist nämlich voll. Gleich. Och. Jetzt dringend Kohle. Junge. Zum Glück hab ich jetzt diese Deviatoren. Und die sind so geil. Schaut euch das an, Freunde. Der Sammler ist gleich unser. Der versucht den abzuholen. Ha. Aber. Ja. Sehr geil. Hol den ab. Sehr schön. Ach, ich liebe Deviatoren, Freunde. Ha. Genau deswegen wollte ich damals immer die Ordos spielen. Genau wegen diesen Scheißeinheiten. Ha. So, dann hol den mal ab. Dann kannst du noch einen Andréides-Sammler klauen. Sehr gut. Dann hol dir den. Ich brauch nämlich Kohle. Das ist das. Das mach ich nämlich sehr gerne mit den Dingern. Ah, verdammt. Nicht getroffen. Ja. Das sind die Kampfpanzer. Uh. Was ist denn jetzt hier los? Der kommt. Okay. Der kommt angeschissen. Mit einer Einheit. Die treffen halt nicht immer. Das ist das Problem, Freunde. Die treffen halt nicht immer. Die treffen gar nicht irgendwie, ey. Ah. Lass denen in Ruhe. Verdammt. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Sie. Schon heute. Nein. Scheiß Manniken. Unser Stützpunkt wird angeklappt. Ohne Witz mal. Einheit verloren. So, dann. Wir sind bereit. Oh, Junge. Einheit bereit. Erwartet neue Besieger. Äh. Schieß ihn ab. So. Gut. Wenn man das hier verteidigt. So. Alles klar. Gut. Dann brauche ich jetzt nämlich Kohle. Was? Schießt er schon wieder? Penner, ey. So dickes Rohr, ey. Du gehörst mir. So. Hä? Welcher denn? Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie dreist muss man eigentlich sein? Hä? Das ist dem sein Sammler, ja? Guck. Schaut mal. Jetzt hat er sich gerade hier verwandelt. Der Sammler von dem. Das ist geil. Schaut mal. Aber dann nehme ich mir jetzt wieder den Deviator und hol da wieder einen Sammler. Und ich habe mal wieder keine Kohle. Das ist ja... Ha. Geil. Na gut. Einheit verloren. Einheit verloren? Was? Achso. Okay. Ja. Ah, hier unten. Oh, verdammt. Ah, ich habe wieder was mehr bekommen. Sehr geil. Er war ein neuer Messer.